Es ist uns gelungen, die Aktion und einen Bürgerkrieg zu verhindern und unsere Nation wieder zu einer sicheren zu machen. Sie haben Ihren Glauben an das Militär und das Vaterland unter Beweis gestellt. Sie haben auch Verantwortung gezeigt für unser Land. Jetzt hebt das Innenministerium ihre wichtige Arbeit hervor, insbesondere auch ihre strategische Arbeit, die Sicherheit wiederherzustellen der Grenzregionen, unsere bewaffneten Streitkräfte und alle kämpfenden Einheiten, die in dieser schwierigen Zeit immer noch an der Front arbeiten und eine heroische Arbeit leisten. In dem man es geschafft hat, durch den Militäreinsatz diesen Aufstand der Subunternehmer, sozusagen der Wagner-Gruppe zu bewerkstelligen und jetzt möchte ich dazu eine Gedenkminute abhalten. Liebe Kameraden, das entschlossene Vorgehen, Ihre Courage und das Zusammenhalten, die Einheit zu zeigen, der gesamten russischen Gesellschaft hier eine Ehre zu machen und für Stabilität zu zeigen. Das sind Menschen, die uns jetzt von außen in einen Bürgerkrieg bringen wollen, dass sie da widerstanden haben. Da möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Auch die Vereinten Kräften und alle Sub-Einheiten, die im Land sind und außerhalb des Landes, die jetzt Einigkeit zeigen. Es gab keine zivilen Opfer und ich bin sehr dankbar dafür und den Streitkräften der Sicherheit, insbesondere die Spezialeinheiten, die hier im Einsatz waren, die sich für die Menschen in Russland hier eingesetzt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.